Nein, nein. Er hat die nicht wieder bekommen. Er hat die bestimmt abgenommen bekommen. Er hat die bestimmt abgenommen bekommen. Er hat eine gesagt, gib Goldkartel an! Der hat die Save, musste der die abgeben. Hast du einen McDonalds, oder was? Ja, ja. Meinsch? Ja, aber dann wird er doch nicht so ein Video machen, dass er Karte wieder haben will, oder die verloren hat. Ja, um irgendwie besser dazustehen, also keine Ahnung. Warum sollte der sonst... Die könnten ihm ja einfach eine neue ausstellen. Naja, aber ich glaube nicht, dass die so mit Goldkarten um sich schmeißen. Dann haben sie so eine Pfeife, geben der eine Goldkarte, und dann verliert der Dackel die noch. Es wird ihm auch keine mehr geben. Dann kann die ja irgendjemand weitergeben, weißt? Und dann holt er sich eine neue und dann... Nein, der muss sich ja ausweisen. Als ob. Ja, gut. Ja, müssen wir es dann schon machen. Nein. Nein. Doppel. Bio doppel. GZ. Oh. Oh, ich sagt nichts. Alter. Shit, Alter. Mein Herz. Ja, aber nur... Ja, aber rot. Also die rote Phase. Die bessere. Phase 3, glaube ich, ist das, oder? Flank frei. B frei. B bin ich, Mann. Alter, Mann. Die letzten drei Tage waren krank, Alter. Ach so. Du bist da drin. Hä? Wo sind die? Alter, was... T-Spawn. T-Spawn. Jörg, du die M4 vor. Jasmin, das Ding. Ich jetzt auch kneif, Alter. Endlich mal. Pass mal, pass auf. Alter, hast du es nicht mitbekommen. Willst du mich komplett verarschen? Das war nicht gerne. Das war nicht gerne. Bajonett Doppler. Jörg. Ja, ich. Weil du nicht drauf geachtet hast. Alter, ich hab Bajonett Doppler. Das, das, ähm... Schwachrote. Hier lang kommt. Short. Lang einer? Haus? Mindestens? Short. Immer noch einer. Gott, mindestens. Short ist offen. Zwei lang? Short. Wir haben hier um schnell zu schauen. Sogar FN...